so hallo leute wir spielen battlefield und so ohne masterp ja genau gut so verkehr ist mir egal wenn du das hörst das war jetzt ironisch gemeint auch wenn du meine ironie nicht ausgehört hast warte ich muss battlefield leiser machen habe ich vergessen scheiße scheiße ich glaube dass das jetzt mit der aufnahme so ich hab naja ich weiß nicht ich werde jetzt abgefuckt spielen weil ich so wenig fps ab egal wieso seid ihr alle schon wieder tot was habt ihr für eine scheiße gemacht ich schwöre ja ich werde erfasst welcher wuren kamikaze what the fuck warte ich mach ich mach so battlefield 3 style mit rpg boom habe ich getroffen ja ich habe sogar getroffen noch eine komm 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 ich mach das dropship mit rpg down komm ich schaff das ich schaff das man ja ich hab ich hab das dropship mit rpg zerstört verkehr oskal hat gesoffen ich habe gesoffen ich habe geküfft wenn ich geküfft bin dann bin ich doch anders wo seid ihr überhaupt gleich spawnd max siehst du schau mal da ist schon max und ich bin tot ne max ist max ist da auf der anderen seite glaube ich aber ich bin trotzdem tot warte leute stimmt mal für dings für irgend so eine map ab ich stimmt für riverside ab das war das baum aber mehr leute ich schwöre mich aber mein internet hat gerade gesprach gut wenn ja ich bin grad mit fünfzehn bis dreißig fps mal also auch nicht krank die spiel ich eigentlich immer machen ja also den kann ich auch bei dir nicht zocken weil ich eigentlich den Tessantor aus dem Fenster schmeißen könnte ist wirklich so ja nicht klappen wie das Kabel wir sind ja wenn Matthias bei die Bettel viel spielen würde dann würde dem Monat zu nehmen und damit keine Ahnung fünf Kölz machen es ist in den Schwarzmann im Bettel und spielen würde der Mann pp-voller nach die Karte ich glaube so dass du weißt zu werden die in der Köln ich glaube das ich ich glaube so du weißt das ob er wirklich wieder auswärtig ausgleich er wird nicht wieder rauskicken scheiß die Wand an ey achso ne ey Leute wo soweit Hallo was hast du gemacht? ich bin gegen dich gefahren und explodiert ach du scheiße auf total keilheit aber sowas von digga shit digga warte ich spiel mal andere klasse oder nee ich bleib mal bei dir warte pascal ich bin bei dir was los digga warte ich platz hier mit meinem Nien oh 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 squadspawn bei mir das kann nicht was gutes heißen das heißt max und max ist immer nie gut wer ist bei mir drauf an? ne ich bin zum glück auf meinem eigenen falls max irgendwie selbstmordgedanken hat oder so ein scheiß ist wirklich so niemals ja ich hab gegen jemanden geroldkilled wuhu I fucking love it vielleicht schaff ich jetzt nochmal ich hab euch ja gesagt ich liebe Endgame ne ja du bist gestimmt ach ja bin ich ich auch ja das mit den fps ist echt scheiß ey du kannst dich echt nicht konzentrieren und wenn man immer die ganze zeit 60 sich ffs gewöhnt hat dann ist es einfach nur eklig ich spaw ihn jetzt mal bei max mal sehen was er fürn scheiß macht ach ja bevor du irgendwie keine ahnung backflap machst und mich und so er ist so wieso verkacken wir überhaupt ich bin gar nicht mal so gut aber Pascal ist trepester Digga was ist das denn? du Huren du bist ein Panzer du mal mit ja ich weiß merke ich grad auch ich hab ihn schon kampfunfähig gemacht Oskar kriegt einen hoch was für ein Huhn erfasst uns bitte Digga ja komm komm knall in uns rein Warte ich fahr jetzt voll Karacho oh mein Gott ich hab 7 fps also ich sehe grad sehr wenig Leute also wundert euch nicht Hilfe bei Scott Fahrzeug ah jetzt hab ich wieder fps Digga was ist los bei dir? ja wir regen mich auch ich krieg mich grad auch nicht auf dass ich grad mit 10-20 fps gehe da oben ist doch jemand Oskar ja ich weiß Max ich bin nicht behindert ja ich weiß oh ja keine Ahnung die verstecken sich die Basten ich hab irgend so ein C4-Typen getötet ich hab irgend so ein C4-Typen getötet ich hab irgend so ein C4-Typen getötet siehst du schau mal Max ist da ich wär da fast ey siehst du schau mal sehr unmöglich scheiße du bist ein Fluch ich hab grad eine sehr interessante taktische Option zu meinen Vorteilen genutzt dann schieß mal los Philipp Schwarz ich hab die ich hab dich mit einem Rekord ja wie vorhin bevor wir haben wir angegriffen hier wovon werden wir angegriffen dann müsst ihr gleich aus dem Panzer raus wenn ihr ach unser sohn sohn so ein Fotzentyp fackelt ich hab euch gerecht ich hab ihn getötet ich habe ihn getötet mehr auch da war noch ein anderer ich habe den Typen getötet der uns abgefackelt hat warte wo bist du Pascal? ach da warte ich komm zu dir hier ist richtig geil ja ich weiß ich gehe da immer hoch das ist krank naja ich habe Endgame bis jetzt nicht so oft gespielt ja ich spiele das nur permanent wirklich neulich habe ich gelegen als Maulsäger doch halt ein Longboard ja ist so das gibt ihm ins Leben ich war ja heute Max ich war ja heute wieder Longboard weil es hat ja die ganze Zeit geregnet kann mich jemand wieder belegen? ne ne ich bin Engie du machst du ein Medic? nein naja hier ist auch kein Kit ich habe gerade jemand umgebaut aber der ist auch zu Bord so ich habe jemand noch mal gekillt Digga 27 Dick ah fuck ich bin tot Magnum kommt der hoch ja äh ja ja kommt nie ja genau Max geht auch in die falsche Richtung, latschen Digga ok jetzt wird Pascal abgeknallt warte ich muss Max helfen dem Noob warte ich nehme mal UMP mit gar nix so fully dude warte ich nehme MP7 mit hab ich lange nur gespielt ok doch ja selbstmord scheiße ich wurde angehittet ähm 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 und wir haben keine Unterstützung wir sind da nur zu dritt ich sehe da wie mindestens ja wir haben eh noch zwei Tickets ne eins ja das ist scheißegal ich spaw nicht mehr oh Gott ich nehme nochmal nächste Runde auf ich habe irgendwie Lust heute aufzunehmen ja das steht aber scheißes mit so wenig FPS ne ja guck dir an wie viele mehr die haben die haben glaub ich wie viel acht stück locker bestimmt alter was haben die acht stück mehr acht stück mehr an Spielern ich schwöre Alter schau mal 25 ja 6 Spieler mehr hatten die alter in der Tat das ist nicht mehr fair Digga solche Huren ey schau mal Rath Rath und Max ist halt da unten ne interessiert halt ja war die Hunde scheiße ja die war wirklich abgefuckt ADF Digga konkret der Anblick ist korrekt warte ich trinke ein bisschen Cola du konkret Flussufer Lieblingsmär ja ich mag ich mag die davor eigentlich mehr danach kommt die locker ja ich mag Flussufer vom Ding her mag ich Flussufer lieber aber eigentlich Flussufer mag ich einfach so von der Art wie es ist weißt du ich mag ich mag ich hab irgendwie das ist das andere besser ich mag irgendwie bei bei Riverside habe ich irgendwie immer das Gefühl es ist immer actionlos habe ich irgendwie immer das Gefühl irgendwie ballert irgendwo jemand rum und das ist richtig einfach geil gemacht aber aber Dings vom Style so ich finde einfach dieser Punkt auch wenn die Map eigentlich nur aus Wüste besteht und halt diese Lagerhalle ich finde das einfach nur geil mit dieser Halle was habe ich ach scheiße ich hab noch die MP7 drin Digga und hier kein Bike da Leute ich bin warte ich guck mal kurz ey Pascal ich mach neues Quad auf wir wurden immer gescrumbled komm an mir rein Digga was machen die hier für ne Scheiße Alter der hat grad die abgefuckter Fick ja bei mir ist alles so verzögert wegen ähm Fraps hier die ganzen Explosionen die Kills das muss ich hier warten ne das ist voll langweilig ich riebe lieber zu Fuß du weißt ne ich hab scott gemacht jo Max wo bist du drin im Gegnersches Team ok dann fick ich dich na ey Pascal lass mal zusammen Max trollen oder so Alter ich hab ich das ist so eklig mit dem Laufen ey und das geilste noch ich erinnere ich hab ja noch ein einzig Nüßelt eigentlich auch was nimmst du auch ja normal die ganze Zeit schon ja ich hab zum Beispiel auch aufgenommen wie du schwarz beleidigt hast und so und ich lad das hoch egal ich schneid das auch nicht raus da bin er gar nicht so lange du weißt wie er auch eine Beleidigung interpretiert oh ich ich mach'n dropship Abschluss ja oh oh ich brauche ich brauche noch ein Kill da warte ich komm bei dir rein ich brauche noch unbedingt so ein Kill mit dem Teil also um eigentlich muss ein IEV mit dem Ding schrotten warte ey bleib steh lieber juhu ja was achte warte Heli ja hier nimm dir den los los fahr los warte HP eingehltet sogar schwer na egal wir müssen fahren wir müssen fahren wir müssen fahren wir müssen fahren alter 7 FPS fuck 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 das ist so scheiße ich weiß ja die werden das aber so krank sehen oh ich steh mich da jetzt hab ich dreist ich brauche unbedingt ein IEV es darf kein Panzer sein es muss ein IEV sein das ist so behindert sonst hätte ich den Auftrag schon ahhh das ist mir schon zum dritten mal passiert ey immer IEV Drop und dann ficken ey was ist passiert was ist passiert mine ja hier ist noch ein Dropschip ja aber ich bin im 2 plus fuck ich lege so dass sogar bei dem Panzer wo seid ihr Panzer Dropschip und ich warte auf dem falschen Absprung direkt über E ne das ist ein Kumpel sind das Kumpels? ja ich kann meine Kumpels gar nicht unterscheiden ey ah warte Panzer 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 Digga Panzer 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 ich hab immer noch MP7 drin fuck ja ja hast du schon Max gefüllt oder so gesehen Pascal hey Max ja hast du Max gesehen mhm ja ich hab ihn auch nicht gesehen wo bist du grad Pascal ich guck mal kurz wo seid ihr denn überhaupt grade? also ich bin bei B also ganz hinten Pascal ist irgendwie in der Mitte und wir sind grad irgendwie voll OP Team eigentlich grad äh fuck ja was erfassen hier ja was erfassen hier ja bock effekt ist nicht du ah der muss Minen liegen unbedingt ich würd Minen ich bin bei C grad hm ich weiß grad den Helikopter abzuschießen ich weiß grad den Helikopter abzuschießen ja wir rufen zum totalen Blick aus gleich gegöbelt würd ich mal sagen ja was ich werd erfasst ey am Arsch Roaaah hohohohoho ich hab den Mord nicht gemacht das ist irgendwie so ein Javelin-Huhrl ach da sind die like a Javelin-Huhrl ey da bist du du bastel ja den F-Kill hab ich bekommen ne ja ich hab keinen Bock auszusteignal um Minen zu legen, der bestellte Bastard, der als Geschütz hier ist, bestimmt den Platz, glaube ich. Was mach ich denn? Ich geh mal zu A, genau. Arbeit angenommen. Oh cool. Pascal, lass mal zusammen zu A fahren, ne? Ich bin auch dran unterwegs. Ah scheiß Mine. Okay, stimmt. GG ist einfach nur so, haben wir haben. Wo seid ihr jetzt? B. Oh, schlecht. Sind wir? B. 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 so das ist so gut so ein bisschen 1 oder was 420 und ich bin der wachschule etwas hat dann ist das eigentlich doch hier ist doch eine grundlegende bau 34 oder so trotzdem sprint bekommt man glaube ich schon ab 21 glaube ich mal ich weiß es nicht ja fucking hede ich verpiss dich ich kann euch gleich mit meiner hauptgeschützern ich komme hoch mit deinem dildo boom bitch was hilfe bei kill ich habe ihn doch genau hinten getroffen ich werde von hinten eingriffen irgendjemand will mich von hinten ja immer irgendjemand will mich von hinten voll hier perverse und so hit my garbage hallo willst du nicht reparieren wehen die weißt du was ich mach kurzaufnahmepause wegen der länge dann ist es gleich leute so und wir sind wieder da und ich brenne verfehlt nochmal und ich habe ein fps geil steck einfach mal aus und hoff mal dass ich lebe was denkt ihr wie lange haben wir aufgenommen vorher ich glaube 20 minuten gestanden 42 ja wenn 42 ist dann wie gesagt ich habe doch nachtiger ich habe den Backer Hauptschirm nachgeladen aber keine animation und mp7 geht auch so um auch wenn ich die aus versiehen sage ich mal mitgenommen habe wo läuft dann die action ich gehe mal wieder zurück aus dem panzer wo seid ihr in der base ah so ein scheiß ding post ne hier ist ein fahrzeug zerstörungs ich pimp mal kurz meinen bike bis hin c4 ne pimp mal mal davon bald man fack yorko der typ heißt yorko nicht yorko yorko Ich hab noch 88 Schuss. Oskar, wo bist du gerade? Da? Wo bist du gerade? Achso! Max, wo bist du überhaupt? Hast du gesehen, Oskar? Nee, ich hab nicht gesehen. Ich hab nur ne Explosion gehört. Achso, Doppelkill war das. Nice. Max, wo bist du überhaupt? In meiner Base. Ey, was machst du für'n Scheiß? Ey, Pascal, lass mal zusammen Dings. Max... Wir ficken ihn jetzt richtig. Der wird richtig für dich. Alter, bist du schwul oder was? Nee, wir ficken dich. Weißt du doch. Max, du weißt, was wir mögen. Wir sind die milden Jungs. Ja, Pascal, ich hab gesagt, du sollst mitkommen und noch kein weiteres Bike machen. Ja, weil ich den Stand von 1 habe, wieviel seid präsentiert. Ja, ich klick gleich auf eine Schelle. Pascal, du weißt, Matthias steht hinter dir. Ich bin gar nicht. Wo? Ich hab geguckt. Hä, ernsthaft? Ja. Du weißt, er telefoniert immer und spielt den Sniper. Vielleicht liegt er auf dem Berg. Eher ausverordnen hast du gesagt, wir haben mit 1 Abonnenten weniger. Matthias deabonniert uns. Nein, du meinst eher, Matthias macht sich bald äh, noch n Dings, noch n Account und abonniert und so mal. Der wird so like Max. Max, wo bist du jetzt? Da, wo ich grad Pascal getötet hab. Ja, sorry. Ich hatte Internet lag und ich bin durch, halb durchs Spielverkehr. Dank. Ja, ich bin gleich tot, Mann. Zwei AP. Dropship. IFV. Pascal, hilf mir mal lieber und spawn bei mir. Als du gesagt hast, war ich schon ganz close, Mann. Egal, der Typ hat mich einfach no-scoped, ey. Ernsthaft. Oh, scheiße, Mann. Boah, du kommst in dem Warpship nicht mal am Boden an, ich bin ein bisschen tot. Ernsthaft? Ja. Eklig. Warte, ich spiel mal andere Warpfilme, ich spiel mal. Oh, soll ich Emtha spielen? Ich spiel mal AC. Oh, ich hab noch mal AC, ja. Digga, Max, ich hab dich kein einziges Mal gesehen. Ich will dich jetzt nochmal richtig verdammt nochmal schwollen, oder? Rücken. Ja, oder so. Richtig, auf. Geil. Komm, noch ein paar Tickets. Da waren solche Sniper-Trottel. Betrink. Da waren solche Sniper-Trottel. Und dann die Sniper-Trottel.